Bam, Freunde, da sind wir wieder mit den MMA-News am Donnerstagabend. Israel, Masse-Sanya, Conor McGregor bald im Barenacle FC-Ring und Paddy Pimplet malt sich seinen Weg zum Titel-Shot zurecht. Das und noch ein bisschen mehr nach dem besten Intro auf YouTube. Freunde, schön, dass ihr dran geblieben seid. Wir springen sofort rein und fangen an mit Paddy the Paddy Pimplet, der bei UFC 304 seine Gelegenheit bekommt, gegen einen Top-15-Fighter mit Bobby Green sich selbst unter Beweis zu stellen und vielleicht in den Rankings nach oben zu klettern. Er hat jetzt ein paar interessante Sachen gesagt, da möchte ich jetzt in diesem News-Kapitel dieser heutigen Ausgabe drauf eingehen. Unter anderem hat er darüber gesprochen, warum er jetzt eigentlich kämpft und dass sich etwas bei ihm verändert hat, denn er ist Vater geworden und sagt, jetzt kämpfe ich nicht mehr nur noch für mich. Das ist ein Trainingscamp, was zu Hause stattfindet und ja, er sagt, seine Mrs., die unterstützt ihn wahnsinnig gut und die regelt das alles, auch mit den Kindern. Ich weiß nicht, hat er Zwillinge bekommen, hat er, so genau weiß ich es auch nicht, auf jeden Fall Papa geworden. Da natürlich nochmal alles Gute und er sagt, da hat sich jetzt einfach, alle anderen bescheinigen ihm das quasi, die um ihn herumstehen, hat sich seine Art und Weise ein Stück weit verändert. Er hat jetzt einen Grund, warum er kämpft, nämlich um Essen auf den Tisch zu bringen, Kohle aufs Konto zu bringen und einfach andere Leute versorgen zu müssen. Also da hat sich was verändert. Ob Paddy dadurch jetzt auch anders kämpfen wird, wird man schlussendlich sehen. Er malt sich zumindest schon mal zu Recht einen möglichen Weg zu einem Titleshot. Und er sagt gegen Bobby Green, zu kämpfen sei der erste Schritt. Danach unbedingt Renato Moicano, der ja auch nicht aufhören kann, so ein bisschen gegen Paddy auszuteilen. Da ist definitiv eine Geschichte da und er sagt, Moicano, der kämpft ja jetzt gegen Benoit Sontini, steht aktuell aber auch auf der 10, auf der 11, ich weiß es auch nicht so genau. Wenn er gewinnt, steigt er dementsprechend weiter auf. Wenn er verlieren sollte, fällt er ein bisschen zurück. Aber ein weiterer Fighter in der Rangliste. Danach hat er Benil Darius als mögliche Idee. Ja, und danach, wenn es möglich ist, entweder ein Top-5-Mann oder sofort der Weg zum Titel. Bin ich auch gespannt, ob das Ganze so kommen wird. Natürlich immer vorausgesetzt, er gewinnt die ganzen Fights. Bei Paddy habe ich von Anfang an eigentlich immer gesagt, der kämpft Stand jetzt oder hat immer die richtige Competition eigentlich bekommen. keine Competition, durch die er einfach nur durchgelaufen ist, wo man das Gefühl hatte, ja, jetzt gibt ihm doch nicht die Leute, die offensichtlich ein, zwei Klassen schlechter sind, sondern er hatte immer das eine oder andere Problem mit dem Fight. Entweder wurde er ja angeklingelt oder war jetzt auch nicht so, dass er extrem dominiert worden ist. Aber ich hatte das Gefühl, das Matchmaking hat bei ihm ganz gut funktioniert. Er hat, glaube ich, seinen Hype oder die Erwartungshaltung mehr bekommen durch, ja, das bisschen extravagante Äußere vielleicht mit dieser Playmobil-Frisur, dass diese jetzt Playmobil-Frisur, also blonde Locken wie der König von England zu den besten Zeiten. Aber er hat natürlich einen etwas speziellen Look und auch mit dieser Einlaufmusik ein bisschen polarisierend. Ich glaube, das hat viel dieser Wiedererkennungswert. Hat einfach bei ihm dazu beigetragen, dass die Leute geglaubt haben, der ist irgendwie der Liebling der UFC und der wird gepusht und von dem wird von Titeln gesprochen. Ich habe bei wenigen festgestellt, dass die da wirklich von Titeln gesprochen haben, von Paddy Pimplitt, sondern den einfach als, ja, extravagante Persönlichkeit wahrgenommen haben. Der Schritt gegen Bobby Green ist jetzt ein richtiger und auch, wie er das für sich skizziert. Wenn er wirklich so vorgeht und gegen diese Männer gewinnen sollte, dann kann das so sein, dass er da wirklich im richtigen Tempo die Leiter so ein Stück weit nach oben klettert. Aber ich bin noch ein bisschen skeptisch, ob ich ihn stand jetzt, mal gucken, wie er sich jetzt gemacht hat, mit seinem Skillset gegen die Top-Jungs setzen würde, beziehungsweise ob ich auf ihn setzen würde und ob ich glaube, dass er da wahnsinnig gute Chancen hat. Ich tendiere da eher zu Nein. Ich glaube, dass er da ein bisschen overmatched wäre gegen einen Top-Fünfmann jetzt. Aber gut, Fighter entwickeln sich auch. Viele, viele Fighter in der UFC, die waren nie im zehnten Kampf oder im fünften Kampf so wie im ersten Fight. Das heißt, da ist natürlich eine gewisse Entwicklung, die möglicherweise auch Paddy einfach durchgemacht hat. Der Fight gegen Bobby Green, der wird wahrscheinlich einige Fragen beantworten. Es ist der letzte Fight im Vertrag von Paddy und er sagt auch ganz klar, wenn jemand anklopft wie Jake Paul und jede Menge Kohle mit im Gepäck hat, warum nicht? Natürlich, in allererster Linie bin ich Preiskämpfer. Ich kämpfe für den besten Preis und ich würde auch so ein YouTube-Show, so einen Boxkampf machen. Ja, auch das verstehe ich. Natürlich wollen die Fighter da ein bisschen ihre Schäfchen ins Trockene bringen. Ich glaube, Paddy ist da auch ganz vorne mit dabei. Er hat einen eigenen YouTube-Kanal. Er ist auf Instagram aktiv. Er weiß, wie dieses Social-Media-Spiel einfach funktioniert. Und ich glaube, dass er da schon ganz gut Geld mitmacht. Von daher ist er eigentlich schon mit einigen Sachen besser aufgestellt als vielleicht der Durchschnittsfighter. Also er macht schon was aus seiner Popularität. Aber ich würde wahrscheinlich auch überlegen, als UFC-Fighter, wenn du vielleicht gegen Jungs gerade so in der Top 15 kämpfst oder außerhalb und dann kriegst du plötzlich ein Angebot über, sagen wir mal, eine Million oder zwei, um gegen einen YouTuber einen Boxkampf zu machen. Das wird wahrscheinlich deiner MMA-Karriere weder wahnsinnig schaden noch wahnsinnig helfen. Aber ein, zwei Millionen, warum nicht? Die kann man ja mitnehmen. Aber wir reden im weiteren Verlauf des Videos auch noch über, ist vielleicht dieser Zahn der MMA-Kämpfer gehen zum Boxen so ein bisschen gezogen worden. Gerade mit den Ergebnissen jetzt von Masvidal und Diaz. Aber da reden wir später drüber. Paddy hat dann noch, eine vorletzte Nachricht zu ihm, über die These von Conor McGregor gesprochen oder die Aussage. Der hat gesagt, UFC 304 wäre eine Kack-Veranstaltung. Also keine gute Card. Und er hat gesagt, wenn man sich die Card anguckt, eigentlich mit die Beste, die die UFC je nach UK gebracht hat. Natürlich hat man geguckt, auch viele Lokalmatadoren mit dabei zu haben. Aber wir haben zwei Titelkämpfe. Okay, wenn einer nur der Interim-Titelkampf ist, aber Leon Edwards gegen Belal. Belal, der in seinen letzten Trainingsvideos, die ich gesehen habe, aussieht, als könnte er wirklich buchstäblich Bäume ausreißen. Also Topfit, Leon ja sowieso immer. Also wir haben einen vom Skill-Level her wahnsinnig hochwertigen Fight. Wir haben mit Erspinall gegen Blades einen vielversprechenden Fight im Schwergewicht. Giga Chigaze gegen Arnold Allen, auch was die Rankings betrifft, kann man nicht meckern. Paddy Pimplett gegen Bobby Green. Also ich würde auch nicht sagen, das wäre eine schlechte Card. Ein paar mehr Bedenken habe ich vielleicht, wenn ich ein bisschen weitergucke zu UFC 306. Da stehen aktuell sechs Fights für dieses Event in der Sphere. Und da sind noch nicht die absoluten Kracher-Fights mit dabei. Und Dana hat gesagt, es werden nur zehn, also zehn maximal. Wenn Grasso mit dabei ist, wenn wir vielleicht noch Sugar gegen Medup haben, dann müssten die anderen aber schon echte Knaller-Fights sein, dass ich wirklich sage, boah, da ist die Erwartungshaltung irgendwo erfüllt. Also UFC 304 hätte ich weiterhin auch gesagt, das ist eine gute Card. Macht Spaß. Aber gut, Conor ist nicht drauf, deswegen hat er wahrscheinlich das Selbstverständnis zu sagen. Naja, keine gute Card. Zum Abschluss nochmal, ich weiß nicht, wer von euch den MMA-Guru kennt. Ein englischsprachiger YouTuber, sehr erfolgreich auch. Der hat jetzt ein Interview gemacht oder eine Konfrontation mit Paddy, wo Paddy ihm auch gesagt hat, hey, du hast auf Molly draufgekackt, du hast auf mich gekackt nach unserer Leistung. Und da muss ich dann aber zumindest auch dem MMA-Guru zugutehalten. Er hat dann hier auch gesagt, ja, deine Leistung war auch kacke. Er hat gesagt, das war eine Schande. Das hat er dann später relativiert und gesagt, ja, eine Schande nicht, aber war einfach keine gute Leistung, war kacke. Deswegen habe ich es auch gesagt. Also da stand er dann zumindest dazu, jetzt nicht nach dem Motto, ja, ich sage jetzt, wenn ich alleine vor der Kamera bin, boah, was für ein Arsch und wie scheiße der ist. Und sobald ich ihm die Gelegenheit habe, ein Interview zu geben, boah, einer meiner Lieblingsfighter, super, was du ablieferst, du bist einer der Besten. Das wäre dann sehr fake. Aber sehr bezeichnend, das ist halt für mich auch das Ziel, was das Format vom MMA-Guru irgendwo verfolgt. Er hat ja schon einige Fighter damit ein Stück weit getriggert und dazu bekommen, dass sie sich geäußert haben. Er hat auch in diesem Video mehr oder weniger zugegeben, ja, ich muss halt Geld verdienen. Ich mache damit meine Kohle. Und wenn du hauptsächlich deine Kohle machst mit YouTube, dann musst du hin und wieder entweder kontroverse Aussagen treffen oder halt irgendwas machen, um den Algorithmus zu kitzeln oder ein bisschen Clickbait oder was auch immer. Du hast irgendwann den Druck, dass du sowas bringen musst. Und da ist der MMA-Guru für mich auch ein Paradebeispiel. Ich glaube, dass er manchmal so, das ist der Dieter Bohlen-Effekt, vielleicht um das in Deutschland ein bisschen zu erklären. Irgendwann hat man ja erwartet, dass er fies ist, dass er irgendeine Beleidigung raushaut oder jemanden durch den Kakao zieht. Am Anfang war es vielleicht einfach nur situationsbedingt und echt. Wenn die Erwartungshaltung irgendwann da ist, dann musst du gefühlt einfach immer einen neuen, flotten Spruch auf den Lippen haben und immer noch eine extremere Meinung raushauen. Aber zumindest stellt er sich ja hier. Ich meine, der Guru, viele sehen ihn ja als so diesen kleinen Höhlentroll, der da irgendwie übergewichtig in seinem Keller sitzt. Ich glaube, das ist ein Zwei-Meter-Typ. Also das ist schon eine ziemliche Kante. Aber gut, war der Drachenlord auch, werden jetzt einige sagen. Ich denke, früher oder später, wenn du so eine Art von Content machst und versuchst, die Fighter immer wieder zu kitzeln und einige lassen sich auch kitzeln, früher oder später fällst du damit wahrscheinlich auf Schnauze. Und apropos Conor McGregor, der war bei einer Pressekonferenz von Barenacle FC in Spanien mit am Start, oben auf der Bühne, hat ein paar Fragen beantwortet. Unter anderem hat er auch einer in seiner besten Nachahmung von Conor McGregor die Frage gestellt, ob er einem gewissen Herrn aus Russland, wenn der sagt, er braucht ein bisschen Kohle und er will in den Barenacle FC-Ring steigen, ob er dem aushelfen würde und dem eine Gelegenheit geben würde, hat er gesagt, ja komm, der Mann will nicht kämpfen, er ist hier für die Fighter, er hat auf dieser Pressekonferenz sehr viel natürlich Barenacle FC gepusht und gesagt, hier macht Spaß, hier ist super, es geht um Legacy, es geht um Titel, es geht um Ehre, das ist das Richtige hier. Klar, er ist jetzt Miteigentümer, da lässt er sich auch mal sehen, weil er hat natürlich weiterhin einen Namen, der sehr, sehr viel Gewicht hat in der Kampfsportszene. Wenn Conor McGregor noch ist, ist ja absolut so, wenn Conor McGregor irgendwo erscheint, auf einer Pressekonferenz ist, dann werden die Leute einschalten. Also das, alles vergeht natürlich, jeder Ruhm ist vergänglich, irgendwann ist das vielleicht nicht mehr so, aber Stand jetzt definitiv noch und er hat auch über seine eigene Zukunft gesprochen und hat gesagt, er hat noch zwei Kämpfe in der UFC. Die will er natürlich erfüllen, wobei ich da sehr interessant finde, wie es wird, wenn der fight jetzt gegen Chandler, der ist ja immer noch nicht fix. Das war schon eine sehr schwierige Geburt überhaupt, bis Juni zu kommen, gut, eine Verletzung kam dann dazwischen, Shit happens, aber das war schon sehr schwer, da hinzukommen. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie schwer es für Conor wird, den letzten Fight, den er dann noch, nehmen wir mal an, er gewinnt jetzt gegen Chandler und hat dann noch einen Fight in seinem Vertrag. Das wird sehr, sehr schwierig, dort einen Fight auf die Beine zu stellen, ohne dass die UFC sagt, er voll unterzeichnet, aber bitte hier ein neues Papier. Ich glaube, da könnten die doch gegenseitig ordentlich mit den Hörnern aneinanderstoßen, diese zwei Stiere, McGregor und die UFC oder McGregor und Dana White, aber da sind wir ja noch nicht. Er hat noch zwei Fights in seinem Vertrag, wenn die erfüllt sind, kann er sich aber gut vorstellen, Bernackele FC zu kämpfen. Und er sagt, seine Präzision mit seinen Fäusten, das kann er sich sehr, sehr gut vorstellen in diesem Sport und ja, dann nochmal ein paar lobende Worte über diesen Sport. Und jetzt ist die Frage, die ich mir natürlich auch gestellt habe, ist das jetzt einfach nur, um ein bisschen Bernackele FC zu hypen? Das wäre jetzt erstmal mein Tipp, dass er natürlich Bernackele FC, dass er das Beste macht, um das Geld, was er investiert hat, jetzt auch irgendwie gewinnbringend wieder reinzuholen, indem er da ordentlich auf die Werbetrommel ballert und sagt, hier schaut her, ich kämpfe vielleicht auch eines Tages hier, ich will nicht nur Zuschauer sein, ich will mitspielen, also ich will Manager sein, ich will selbst mit dabei sein, ich will involviert sein, dass das Interesse einfach steigt. Dass man guckt, boah, ich weiß ja nie, was passiert. Vielleicht beim nächsten Event ist Conor McGregor im Publikum, geht vielleicht in den Ring, dann gibt es ein Face-Off, vielleicht eine Rangelei. Natürlich wird das das Interesse erstmal erhöhen. Bernackele FC sehe ich aber nach wie vor, ob für Boxer, für MMA-Fighter, eher noch als ich mach's gegen Ende meiner Karriere und ich mach's, um vielleicht noch einfach ein bisschen Kohle zu verdienen. Es wird immer Ausnahmen geben, wie Mike Perry, der quasi wie geboren ist für diesen Sport. Da hat Conor McGregor auch gesagt, dem drücken wir alle Daumen, dem König der Gewalt, dass er gegen Jake Paul jetzt abliefern wird am Wochenende. Aber in der Regel sind es, glaube ich, eher Fighter, die ein Stück weit älter sind, Ende 30 sind, nochmal einen guten Zahltag wittern. Weil welcher amtierende Fighter, also der amtierende irgendwie um Titel kämpfen kann, der in seiner Prime ist, der beim Boxen viele Millionen verdienen kann oder in der UFC, der riskiert wirklich, seine Hände kaputt zu machen, ohne diese Handschuhe. Weil dafür sind die Handschuhe ja da auch in anderen Sportarten, um das Arbeitsmaterial, um die Hände zu schützen. Und ja, es ist mit Sicherheit auch ein geiler Sport und es ist sehr echt, aber man riskiert halt, dass man die Hände bricht und dass man da Verletzungen hat, von denen man sich dann vielleicht nicht so leicht erholt. Und wer möchte da sein Arbeitsmaterial schon aufs Spiel setzen, wenn er sich noch in seiner Prime befindet. Das habe ich immer so ein bisschen im Hinterkopf. Kann auch sein, dass er wirklich da kämpfen will, aber ohne Conor jetzt zu nahe treten zu wollen, das ist halt viel. Ich möchte da kämpfen, ich möchte jenes noch machen. Boxkampfhunde ist interessant gegen Pacquiao, UFC kehr ich zurück, das. Alles coole Sachen, wenn ich auch diese Aktivität irgendwo sehe. Mike Perry ist so ein Typ, der setzt ja scheinbar auch alles in die Tat um. Den siehst du ja überall. Alex Perra in der UFC hat so einen Typ, der ist ja wirklich überall am Start. Conor muss jetzt wieder gesund werden, muss aktiv werden und dann, glaube ich, kann man auch viel besser darüber spekulieren und viel besser gucken, hey, ist das wirklich realistisch, kehrt er nochmal zurück oder nicht. Interessant fand ich, es sind Wettquoten draußen für den nächsten Fight von Dustin Poirier. Nicht, auch wenn es jetzt erstmal als Widerspruch anzusehen ist, nicht der nächste Fight von Conor automatisch, weil Conor kann ja in der Zwischenscheid vielleicht schon gegen Chandler kämpfen, aber für Dustin Poirier sind die Quoten am höchsten, wieder gegen McGregor zu kämpfen, also da den vierten Fight zu machen. Und da ist natürlich auch die Frage, was möchte Conor? Wenn der jetzt denkt, Dustin macht nur noch einen Kampf, dann ist er weg. Den Fight will er vielleicht haben, einfach um diese Rivalität dann doch irgendwo für sich entscheiden zu können, wenn er jetzt nochmal mit einem krachenden Knockout oder sowas gewinnen sollte. Poirier sagt auf jeden Fall, dass er sich jetzt wieder gut fühlt, dass die Verletzungen jetzt wieder weniger zu spüren sind und dass er weiterhin davon überzeugt ist, einiges noch geben zu können und nie zwei Fights am Stück verloren hat und der diese Serie beibehalten möchte und einfach nur mit einem Sieg zu seinen Bedingungen die Karriere dann beenden möchte. Ich kann es euch auch nicht sagen, ich glaube, wenn Buchmacher das so machen, dann haben die vielleicht hin und wieder doch die ein oder andere Insider-Quelle, warum diese Quoten so sind, wie sie sind, aber fairerweise, das ist für Poiriers letzten Fight nicht für den nächsten Fight für McGregor. Kann sein, dass man bei McGregor die Chancen höher sieht, dass der erst gegen Chandler und dann vielleicht irgendwann im nächsten Jahr gegen Poirier kämpft, dass Poirier so lange wartet, weil letzter Fight gegen McGregor, dann wird es für ihn nicht mehr interessant sein im Leichtgewicht, Ranking, muss ich aktiv sein, dann will er wahrscheinlich einfach nur nochmal diesen dicken Zahltag dann mitnehmen. Warten wir es ab, ich habe es gerade ja schon gesagt, McGregor muss erstmal wieder fit und gesund werden. Hype ist schon so eine Sache, wenn der einmal aufkommt und generiert ist, stoppst du den wahrscheinlich sehr, sehr schlecht, selbst wenn du das gar nicht umsetzen willst, was dieser Hype mit sich bringt. Ich benutze dieses Sprichwort relativ häufig, wenn es um die UFC geht oder wenn es um Fights geht, das Eisen schmieden, solange es heiß ist. In einigen und Alex Perda ist momentan das glaube ich mit heißeste Eisen, was es im Kampfsport derzeit gibt. Daniel White war in einem Podcast zu Gast und hat über die Realität gesprochen oder wie realistisch es ist, dass wir Jon Jones gegen Alex Perda kämpfen sehen. Und er sagt, es ist eine Möglichkeit, einfach und allein aus dem Grund, also streicht das nicht einzig und allein aus dem Grund, weil Joe Rogan das sagt, aber weil halt auch Rogan darauf pusht und sagt, Dana, den Fight musst du machen, den kannst du jetzt machen, wird wahrscheinlich dann keinen anderen Moment mehr geben, wenn Alex seinen Titel verliert, wenn Jones seine Karriere beendet, das sind alles Faktoren, dann ist die Luft aus diesem Fight raus. Jetzt kannst du es machen, verpasst quasi nicht diese Chance. Und Dana hat da nochmal betont, das Verhältnis zu Jones war gerade was Business, was Geschäft angeht, was Verhandlungen angeht, ich erinnere da nochmal an UFC 151, das sollte Jones gegen Dan Henderson kämpfen. Nagelt mich jetzt bitte nicht darauf fest, wie viele Tage das gewesen sind, war es eine Woche, waren es ein bisschen mehr, waren es 10 Tage auf jeden Fall, Dan Henderson hat sich verletzt, Trainingspartner, Chelsea Sonne sollte einspringen. Im Nachhinein natürlich, wenn man sieht, wie der Fight dann gelaufen ist zwischen Jones und zwischen Chelsea Sonne, sagen viele, warum hat er den Fight nicht kurzfristig angenommen. Aber Jones hat damals ganz klar gesagt, ich bin Champion, ich bin kein Fighter, der kurzfristig seine Pläne ändert, ich habe mich auf Dan Henderson vorbereitet, ein Powerpuncher, der ja auch irgendwo seinen Ringer Background hat, aber einer, der mit Power kommt und Chelsea Sonne kämpft einfach komplett anders. Der ist dieses Dura-Zerleschen, was versucht, einen Takedown an den anderen zu packen und dich irgendwie auf den Boden zu bringen. Und das mache ich einfach nicht. Hat damals der UFC nicht geschmeckt, UFC, ich meine, es war 151, ich regiere mich da gerne, wenn ich falsch liegen sollte, ist ausgefallen, komplett haben sie diese Card fallen gelassen und das sind wahrscheinlich so einige dieser Sachen, wo Dana sagt, geschäftlich nicht immer auf einer Wellenlänge gewesen, aber er sagt, er kommt nicht drum herum, Jones ist einfach der baddest Motherfucker aller Zeiten. Er sagt, er hat überall Bilder von Muhammad Ali hängen und großer Mike Tyson Fan, ist ja auch befreundet mit Mike Tyson, aber er sagt, Jones ist einfach der übelste Typ, den es jemals gegeben hat. Also da ist er sehr, sehr eindeutig, Dana war in der Vergangenheit schon bei anderen Fightern sehr, sehr eindeutig, auch was die Pound-for-Pound Frage anging. Das war häufig, so hatte ich zumindest das Gefühl, gekoppelt an irgendwelche Verhandlungen. Man will vielleicht Jones noch ein bisschen länger behalten, nicht nur für einen Fight, vielleicht noch für zwei oder drei eben, um auch so ein Fight zu machen wie gegen Alex Pader. Und dann schadet es natürlich nicht, wenn man Mr. Ed so ein paar Zuckerwürfel gibt. Damit will ich jetzt nicht Jones mit einem Pferd vergleichen, sondern einfach nur einen Vergleich herstellen. Man muss halt irgendein Lockmittel haben. Man muss sagen, hey, da musst du dir ein bisschen Honig ums Maul schmieren, ein bisschen Zucker hinwerfen, um zu sagen, ja, top Zuckerbrot und Peitsche nach dem Motto. Und Dana macht das sehr gut, hat er in der Vergangenheit schon sehr gut gemacht, immer sehr positiv, über die Leute zu sprechen, mit denen er jetzt noch weiter zusammenarbeiten möchte. Alex Pader gegen Jon Jones wäre ein Hype-Fight. Ist ein Fight vom Skill-Set her, wo ich sehr, sehr massive Vorteile für Jon Jones sehen würde, aber der Hype ist hier einfach da und solange sich Jones ja vielleicht auch so ein bisschen aus Ärger raushalten kann und jetzt springt ihm ja sogar schon DC zur Seite, denn Jones hat auf nicht schuldig plädiert bei diesen Vorwürfen gegen, ja, körperliche Gewalt und auch verbal in der Entgleisung und DC hat ihn in den Schutz genommen. Der sagt, ja, natürlich, viele versuchen jetzt auf ihn draufzuspringen wegen seiner Vergangenheit, wegen anderen Verfehlungen, die er hatte, aber wenn du zu Hause bist bei einer Party und du hast vielleicht schon ein, zwei Drinks genommen, was du aber zu Hause auch tun darfst, das Recht steht dir ja zu, in deinen eigenen Verwenden zu machen, was du willst, dann ist vielleicht so ein Aufeinandertreffen mit so Doping-Testern nicht so glücklich, wie es vielleicht in allen Momenten wäre, wenn du beim Training gerade bist und dann ist vielleicht die Umgebung auch eine andere. Also wenn DC dir schon zur Seite springt oder Jones zur Seite springt und beide sind mit Sicherheit keine Freunde, ja, dann kann man vielleicht auch aus der Fighter-Perspektive verstehen, boah, es fuckt schon ab, wenn die Doping-Tester da, egal zu welcher Uhrzeit auf der Matte stehen und dann dich vielleicht auch ein bisschen ein Stück weit schikaniert. Wenn Jones sich aus Ärger raushalten kann, wenn er dieses Jahr nochmal kämpft und natürlich, wenn er gegen Stipe Miocic gewinnen sollte, weil der Fight wird als nächstes kommen, da hat die UFC jetzt auch viel zu lange dran festgehalten, aber wenn der kommt, ich glaube, ich persönlich glaube, die Tür für Jones, falls er gewinnen sollte, gegen Alex, steht dann sperrangelweit offen. Und auch zu Hamza Chimaev hat DC seinen Senf abgegeben und ja, der hat auch mit dem Kopf geschüttelt und gesagt, der kann nicht verstehen. Oder fangen wir erst mal anders an. Er glaubt, Chimaev ist nach wie vor einer der größten, jüngeren Stars der UFC, aber dort, wo Hamza ihn jetzt auch ein bisschen verloren hat, ist die Forderung oder nicht die Forderung, aber die Feststellung, ich würde gerne im Oktober um den Titel kämpfen. Und was DC auf den Punkt bringt, er sagt noch nicht mal, dass es jetzt für Chimaev unrealistisch ist. Was ich ja durchaus, als ich drüber berichtet habe, festgestellt habe, also meine Meinung abgegeben habe, ich glaube, Chimaev wird erst mal seine Zuverlässigkeit unter Beweis stellen müssen und natürlich in Mittelgewicht Top 10 platzierte Leute besiegen müssen. Ein, besser sogar zwei. DC kommt jetzt aus einer anderen Richtung und der sagt, zu glauben, dass der Champion jetzt im August seinen Titel verteidigt und dann direkt wieder im Oktober, das sei absolut illusorisch, also das sei sehr, sehr unrealistisch und da sieht er schon, also da würde der Schuh drücken. Er empfiehlt ihm aber in der Zwischenzeit auch einen Fight anzunehmen, er sagt Robert Whitaker, das ist ein Fight, der sowieso kommen sollte, er sollte sich die Gelegenheit verdienen, kämpfend, um den Titel zu kämpfen und dann nicht im Oktober, sondern vielleicht später im Jahr oder wahrscheinlich ja sogar erst Anfang des nächsten Jahres. Und Chimaev hat ja selber auch in seinem Statement, was er gegeben hat, wo einige kontrovers darauf reagiert haben, weil die gesagt haben, ja Moment mal, spinnt der jetzt total, dass der jetzt einen Titelshot will und er sagt, Ali Skerov, mittlerweile ein guter Freund, kommt aus einer benachbarten Region, deswegen ein Bruder von ihm und man hat vor fünf Jahren gegeneinander gekämpft, aber dieser Wettbewerbsgedanke, den hat man jetzt hinter sich gelassen und er würde sich gerne für ihn revanchieren, alle rächen, Rache nehmen an Robert Whitaker und ja diesen Fight in der Zukunft gerne machen. Einziges Problem, was ich dabei sehe, ist Robert Whitaker, der und ich glaube auch zu Recht jetzt sagt, ne echt Freunde, für mich kann es jetzt eigentlich nur noch zwei Kämpfe geben, entweder gegen Strickland, um einen für alle mal festzustellen, wer der Nummer eins Herausforderer ist, da spielt ja Strickland nicht ganz mit, er hat auch gesagt, wenn ich den Teil schon nicht bekomme, dann wahrscheinlich einfach nur, weil ich ein großes Maul habe, weil ich zu viel verrücktes Zeug sage und die mich deswegen nicht wieder in die Champion Position heben wollen, weiß ich nicht, ob die UFC das wirklich bockt, aber gut, kann man auch nie ausschließen, wenn so viele Geldgeber immer mit am Start sind, so viele Sponsoren, dass sie sagen, ja den, der keinen Filter hat, vielleicht lieber nicht so sehr ins Rampenlicht pushen, aber ich persönlich glaube das nicht, ich glaube noch ist die UFC mit Dana White so, ja erzähl was du willst, zweiter Fight, der für Whitaker dann nur noch kommen kann, ist dann ein Kampf um Titel, also entweder gegen Strickland, Strickland habe ich gerade schon gesagt, gegen Duplessis oder gegen Israel Adassana, wären beides Rückkämpfe, deswegen würde ich auch bevorzugen, wenn er vorher nochmal gegen Strickland kämpft, dann wäre er unangefrochtener Nummer 1 Herausforderer, aber ich glaube, ein Fight gegen Schimayev steht jetzt bei ihm wahrscheinlich nicht so hoch im Kurs, er hat diesen Fight angenommen, der von den Rankings für ihn schon super nicht lukrativ war, dann einen kurzfristigen Gegnerwechsel angenommen, der noch weniger lukrativ für ihn gewesen ist, dann hat er den Fight sehr beeindruckend gewonnen und ich glaube, dass er jetzt selber auch einfach für sich glaubt und ich denke auch zu Recht, ich habe genug riskiert. Ich habe mir jetzt verdient, wieder um den Nummer 1 Herausforderer Platz zu kämpfen und der Fight geht entweder nur gegen Strickland oder dann halt vielleicht noch gegen einen Verlierer von Izzy und Drickles Duplessis, falls wirklich Strickland vor mir dran ist, aber ein Fight maximal noch für Whittaker und dann würde ich sagen, steht der Titelkampf an und gegen Schimayev, glaube ich, kann er aktuell nicht so viel gewinnen, sondern viel mehr verlieren und das war die Gelegenheit für Schimayev, ich meine, wenn du krank bist, verletzt bist, shit happens, ist das halt so, in dem Sinne auch jetzt kein Vorwurf an ihn, aber dann ist die Gelegenheit halt erstmal weg und du musst vielleicht ein bisschen tiefer ins Regal greifen und gegen andere kämpfen, um dir diese Gelegenheit dann nochmal zu verdienen. Und genau wie Strickland mal glaubt oder meint, dass man ihn ein bisschen zurückhalten würde, denkt auch Mokaiev, dass die UFC nicht so ein großer Fan von ihm sei und er glaubt, dass da deswegen sein Titleshot bis hierhin ein bisschen blockiert worden ist. Ich bin ehrlich, ich hab auch nicht verstanden, warum man Ersag angerufen hat vor Mokaiev, Mokaiev noch ungeschlagen, das wäre mit Sicherheit ein interessanter Fight geworden gegen den Champion, gegen Pintoja, aber gut, sei es drum, der Fight ist nicht gekommen und Mokaiev sagt, sein Plan, oder er ist jetzt vorsichtig geworden, seine Ziele öffentlich auszusprechen, weil beim letzten Mal hat er das Gefühl gehabt, dass man ihm da einen Strich durch die Rechnung machen wollte, er wollte der jüngste Champion in der Geschichte der UFC werden, aktuell ist es John Jones mit 23 Jahren und irgendwie 9 Monaten und er sagt, ich bin immer noch 23, aber mit einem Titleshot wird es jetzt wahrscheinlich nichts mehr und er hat das Gefühl, dass er sehr aktiv gewesen ist von der jüngeren Generation und sich die Gelegenheit auch verdient hatte, aber er glaubt, dass die UFC das nicht will. Jones ist ein Star, ist ein amerikanischer Star und er glaubt, dass die UFC diesen Rekord in Amerika drin lassen möchte. Auch hier, vieles kann man natürlich auch nicht ausschließen, vielleicht sind ein paar Leute, die an den richtigen Hebeln sitzen in der UFC, sodass die sagen, nee, nee, wir wollen da auch schon so ein paar Rekorde bei den Amis lassen und deswegen gibt ihm seinen Titleshot, wenn der 24 ist, damit er sich nicht in die Rekordbücher einträgt. Vielleicht auch, weil ich persönlich nicht so bin, ich denke mir auch so, ja gut, scheiß drauf, wenn sich die Gelegenheit ergibt, dann ist das so. Wenn sich die Gelegenheit nicht ergibt, ja okay, dann ich werde jetzt auch nicht mir, weiß ich nicht, irgendwie ein Bein abhacken, um mir zu sagen, du musst unbedingt jetzt der jüngste Champion aller Zeiten werden. Es ist nicht einfach, so einen Rekord zu brechen und Jones war vielleicht auch bei einigen einfach so zur richtigen Zeit am richtigen Ort, dass es vielleicht schneller ging, aber ich glaube, ein wichtiger Faktor für Mokaef ist einfach auch mit seinem sehr dominanten Kampfstil, ohne Wenn und Aber und ich sehe ihn sehr gerne kämpfen, einfach weil er ein unglaubliches Talent ist mit so jungen Jahren und er hat ja auch, glaube ich, 23 oder 24 Amateur-Fights schon auf dem Buckel, die er auch alle gewonnen hat, also wahnsinnig viel Erfahrung, die er mitbringt, aber es ist halt nicht so ein spektakulärer Stil. Das heißt nicht, dass man jemanden deswegen den Titleshot verwehren darf oder verwehren wird, aber es dauert erfahrungsgemäß ein bisschen länger. wäre Mokaef, wäre alles gleich, also der Look, der Name, die Herkunft, alles identisch, aber der hätte alle Fights wie Sabit Magomed-Scharipov mit Spinning-Kicks irgendwie gestaltet und ein Finish geholt hier und da eine super Submission. Ich bin mir sicher, es wäre schneller gegangen. Der Hype wäre mehr da gewesen und vielleicht hat er auch den Anruf vor Reset bekommen und hätte gesagt, komm, du springst jetzt rein. Das ist halt dann manchmal der Preis. Wenn man einen Stil hat, der dominant ist, der vielleicht auch ein Stück weit sicherer ist als jetzt ein extravaganter Stil im Stand, wo du immer das Risiko auch hast, dass du wie Michael Van Ampage gegen Douglas Lima dann auch mal von Thor Summer getroffen wirst, weil es dauert erfahrungsgemäß halt ein bisschen länger an die Spitze zu kommen. Ich glaube, das ist hier eher der Knackpunkt und für mich, das ist ja nur mein Senf, weniger die Tatsache, wo jetzt irgendein Fighter herkommt, dass man ihn jetzt nicht in der Position haben möchte. Wenn du ablieferst, wenn du spektakulär bist, wenn die Fans mehr wollen, ist es scheißegal, woher du kommst. Israel Adesanya, Israel Massesanya, dieses miese Wortspiel, konnte ich mir einfach nicht verkneifen. Jetzt ein zweites Mal nach dem Intro. Scheint ordentlich Masse aufgebaut zu haben. Ganze 105 Kilo, das heißt, Schwergewicht wäre das, 230 Pfund. Quelle Dan Hooker. Der sagt, aktuell macht es gar keinen Spaß mehr mit dem Typen in Sparring zu gehen, weil jeder seiner Treffer ist eine absolute Bombe. Ich habe ihn schon gebeten, ey, kick mich doch lieber. Das tut weniger weh, als wenn du mich mit deinen Fäusten ins Gesicht triffst. Er sagt, es ist unglaublich, der hat wirklich seine Verletzungspause genutzt, um, oder seine kurze Auszeit von der Szene genutzt, um Kraft, um Masse aufzubauen. Und das spürt man. Das merkt man definitiv. Und als Ausblick sagt er, er kann gar nicht erwarten, wenn er ihn im Käfig kämpfen sieht. Und Warnung an Drickus Duplessis, wenn du glaubst, du kannst quasi von hinten ins Haus von Izzy reinschleichen, sich an seinem Kühlschrank bedienen, dann gibt es einen Reality-Check und ein böses Erwachen für dich. Also Izzy, jetzt mit 230 Pfund. Ich meine, ja, der Fight ist im August, wir sind jetzt im Juli. Natürlich wird da wahrscheinlich im Trainingscamp auch noch ein bisschen was runterpurzeln. Knapp einen Monat haben wir ja noch. Aber wenn Izzy jetzt wirklich ein bisschen schwerer reinkommt, ein bisschen kräftiger reinkommt, vielleicht ist das einfach auch eine Reaktion auf den Kampfstil von Drickus Duplessis, der ja sehr, sehr körperlich ist. Ob es durch die Power ist, also wenn er dich trifft, ob es durch die Power ist, wenn er nach vorne kommt, dieses Momentum, wenn er dann schafft, einen Takedown zu holen. Und vielleicht will er da so eine kleine Antwort drauf geben, dass er sagt, ich werde im Käfig wie so eine Mauer werde ich sein. Wenn der auf mich trifft, dass der auch denkt, oh shit, der hat wirklich einiges an Muskelmasse zugelegt. Izzy hat ja gesagt, der kommt jetzt nur noch zum Spaß, der kommt jetzt nur noch um Köpfe abzuschlagen, die über die Schulter zu werfen und zu sagen, ich will jetzt nur noch Highlights sammeln. Ob das Gewicht jetzt wirklich für einen neuen Kampfstil spricht, ob er vielleicht sogar, ich meine, das ist jetzt nicht so, als hätte Izzy jetzt irgendwie 30 Kilo zugenommen. Also wollen wir auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Und der Nuka ist natürlich auch Teamkollege von ihm, dass der jetzt nicht sagen würde, oh shit, Izzy kam letztens und der sah ja aus wie ein Haufen und alles, was er gemacht hat, war kacke und der hat mich fünfmal ins Gesicht getroffen und ich hab's gar nicht gemerkt. Der wird den Teufel tun und sowas sagen. Der wird vielleicht auch ein bisschen jetzt die Psychospielchen natürlich vor diesem Event machen. Ich bin gespannt, ob das seinen Kampfstil beeinflusst und vielleicht sogar negativ. Weil eine Sache, die Izzy immer gut hatte, war seine Geschwindigkeit, sein Timing, seine Reaktionsfähigkeit. Das wird natürlich, das eine, was du irgendwo an Plus bekommst, geht irgendwo als Minus beim anderen weg. Du kannst kräftiger werden, du kannst mehr Power generieren, das in seltenen Fällen wird das aber Hand in Hand gehen mit einer höheren Geschwindigkeit. Ich bin gespannt, wie sich Izzy präsentieren wird, mental, körperlich, was er im Käfig für Antworten hat auf den sehr unkonventionellen Stil von Dricos Duplessis, auf diese Mischung von Dricos Duplessis. Aber ein Fight, auf den ich mich in der Tat extrem freue. Auch Justin Gaethje muss jetzt quasi erstmal eine kleine Auszeit nehmen. Vom Kämpfen wird sich mit Sicherheit auch der eine oder andere Gedanken machen über seine Zukunft, über den letzten Fight. Und er hat jetzt zumindest schon mal drüber gesprochen, was für ihn da halt nicht nicht gut gelaufen ist oder was besser hätte laufen können. Er sagt, an der Ausdauer hat es nicht gelegen. Er hat sich da nicht erschöpft gefühlt, aber er glaubt schon, dass die gebrochene Nase ihren Anteil hatte. Gaethje schätze ich so als Typ eigentlich null so ein wie einer, der jetzt irgendwelche Ausreden sucht. Weil er erkennt ja hier auch an, war ja Holloway, der mich getroffen hat mit diesem Tritt. Aber das hat halt seinen Effekt gehabt. Ist ja so, wie ein anderer sagen würde. Ich habe fünf Low-Kicks bekommen, konnte er nicht mehr laufen. Das ist jetzt keine Ausrede im Sinne von, ja, der hat Glück gehabt, dass er mich mit seinen fünf Low-Kicks getroffen hat, sondern nee, damit begründe ich einfach, warum meine Leistung so war, wie sie gewesen ist. Und er gibt auch zu, er sagt, mein Gameplan, der ist vielleicht nicht so 100% korrekt gewesen. Holloway sei aber auch einfach sehr präzise gewesen, on point, perfekt gewesen an diesem Abend. Und er hätte gedacht, dass Holloway ihn mehr unter Druck setzen würde, mehr nach vorne gehen würde. Das hat er nicht gemacht. Und jedes Mal, wenn er dann aber nach vorne gekommen ist, dann hat Gaethje das nicht kommen sehen und das, der hat das einfach nicht greifen können. Der hat da keine Antwort drauf gewusst. Und er hätte selber vielleicht auch noch mehr Druck machen können, jetzt im Nachhinein, mehr nach vorne gehen können, mehr versuchen, ihn irgendwo am Käfig festzusetzen. und das halt als Sachen, die er anders machen wollte, die er vielleicht beim nächsten Mal anders macht. Und er sagt, er glaubt auch, dass in einer Runde, die er gewonnen hat, dass da der Schlüssel war, dass er einfach mehr nach vorne gelaufen ist. Aber wir leben und zu lernen. Er sagt, war ein großartiger Fight. Max Holloway ist einfach sehr, sehr schwer zu bezwingen, sehr, sehr schwer zu besiegen. Die richtigen Lehren aus diesem Fight zu ziehen, glaubt, dafür hast du einfach oder im Idealfall hast du da ein gutes Team für, um das zu schaffen. Nicht einfach nur abzuhaken, war ein schlechter Abend, war Pech. Sondern genau zwischen den Zeilen zu lesen, okay, was hat genau dafür gesorgt, dass wir nicht gewonnen haben. Und Holloway hat hier, so wie das Gaethje jetzt beschreibt, quasi den, so wie gegen Tony Ferguson den Gaethje, den hat er jetzt hier gegen Gaethje selbst eingesetzt. Sehr präzise, an einigen Stellen vielleicht geduldiger als sein Gegner zu sein, und für sich den durchaus perfekten Fight zu kämpfen. Ich hätte auch gedacht vorher, also ich hab wenige Chancen gesehen, für Holloway diesen Fight wirklich zu gewinnen. Ich hab gedacht, die Low-Kicks würden ihm immense Probleme bereiten und einfach der Power-Unterschied. Ja, und schlussendlich war's dann Holloway, der es geschafft hat, Gaethje auszunocken und, ja, einen Großteil der Runden einfach auch gewonnen hat. Also das war jetzt nicht, ja, der hat am Ende Glück gehabt, dass Gaethje sich dann eingelassen hat auf dieses wir treffen uns in der Mitte des Käfigs. Ich hoffe, dass Gaethje da die richtigen Lehren draus zieht. Ich hoffe, dass Gaethje vor allen Dingen eine lange Pause nimmt, um sich zu erholen von diesem Knockout. Bei Gaethje, das ist das, was natürlich schade ist, ob's ein Poirier ist, ob's ein Charles vielleicht noch nicht so ganz, ein McGregor ist. Ja, die Jungs sind jetzt langsam alle so, die laufen auf das Ende ihrer Karriere hinaus, und man weiß nicht, wie viele Fights die noch haben. Und ich glaube, bei Gaethje, der hatte noch nie einen langweiligen Fight. Er ist recht nicht in der UFC und, ja, ich glaube, viele wird er nicht mehr haben. Falls er den nächsten Fight verliert, war es dann vielleicht sogar der letzte Fight. Ich glaube, wenn er nochmal Erfolg hat und an der Spitze tut sich vielleicht was mit Islam, der eventuell die Division verlässt oder in den Ruhestand geht, whatever, dann will er vielleicht dieses, oh, noch einmal, noch einen Anlauf zum Titel. Aber wahnsinnig oft, befürchte ich, werden wir Justin Gaethje nicht mehr im Käfig sehen. Was macht eigentlich Colby Chaos Covington? Das, was Stand jetzt sehr, sehr viele Fighter machen. Ja, nicht Schattenboxen vor der Kamera, sondern gegen YouTuber, Influencer mit denen zusammen Videos zu drehen. und ja, also das ist natürlich hier kein Sparring auf einem Niveau, wo man sagt, das hat Trainingscamp-Niveau oder Colby Covington nimmt die Nummer wahnsinnig ernst. Natürlich wird da immer was draus gemacht, von diesem Cass Sawyer ehrlich noch nie von dem gehört und Colby ihn dann auch hier geschafft, zu Boden zu bringen, netter Takedown-Versuch, aber das ist einfach die aktuelle Welt, die aktuelle Influencer-Welt und natürlich die MMA-Fighter wollen auch ein Stück weit was daran verdienen. Das bringt vielleicht den einen oder anderen Follower, das bringt ein bisschen Bekanntheit, da verurteile ich natürlich niemanden, dass er das macht. Ich glaube, mit die einzige Sache, sinnvolle Sache, die man aus diesen Videos immer mitnehmen kann, weil natürlich, das ist Fake von A bis Z, aber was nicht Fake ist, die extreme Unterlegenheit von doch relativ fitten Erwachsenen, hier sehen wir auch Colby, der hier den Käfig maltretiert, also nicht den Gegner, wie unterlegen die wären, in so einem echten Aufeinandertreffen gegen jemanden, der einfach nur trainiert ist. Colby, der ist jetzt natürlich noch, der ist ein Weltklasse-Fighter, aber auch irgendein anderer, der vier, fünfmal die Woche MMA trainiert, wird diesem Cass ordentlich Probleme geben für sein Geld. Das nur am Rande, als Update, was macht Colby eigentlich? Belalou Ahmad hat ihm nämlich einen Tipp an die Hand gegeben, den Colby so wahrscheinlich nicht haben wollte. Junge, geh einfach in Ruhe stand. Für dich gibt es nichts mehr zu holen, du bist jetzt 36 oder sogar 7, nee, 36 ist er und genauso wie bei Strickland, die Leute interessiert nicht mehr, was er zu sagen hat, solange da nicht irgendwie ein Gürtel mit auf der Schulter hängt. Colby, es steht 3 zu 3 in seinen letzten sechs Fights und der letzte Fight gegen Leon Edwards, ich glaube daran, woran er sich jetzt noch ein bisschen klammert ist, ja, ich habe mir den Fuß gebrochen oder verletzt in der ersten Runde und das erklärt dann meine Performance im Anschluss, aber hier einen weiteren Title-Shot wird er nicht bekommen und der nächste Fight wird wahrscheinlich ein schwieriger Kampf werden und schwierig meine ich, vielleicht wird es nochmal Usman sein, der einfach auch die letzten 3 Fights verloren hat oder ein Rachmanov wird es sein, wenn es für Colby, glaube ich, gut läuft, rein vom Stil her wird es ein Fight gegen Ian Gary, den Fight hätte ich an seiner Stelle definitiv angenommen, weil Ian ist halt einfach ein Striker und da hat er diesen klaren Weg, ich bringe den Fight auf den Boden, dieser klare Weg wird ein bisschen schwieriger gegen Usman und gegen Rachmanov, also das wird, glaube ich, ein übelerer oder ein schwierigerer Fight, kein Fight, den er jetzt nicht auch gewinnen kann, weil ich bin nach wie vor davon überzeugt, Colby hat diese Qualitäten und kann mithalten, aber ob er wirklich noch in seiner Prime ist, das wird wahrscheinlich der nächste Fight verraten und vielleicht hat er auch einfach so viel Geld gemacht und verdient jetzt auch hier mit diesem ganzen Influencer-Zeug nebenbei noch was und durch Sponsoring noch einiges, dass er vielleicht nicht unbedingt den Druck verspürt, kämpfen zu müssen, aber machen wir uns nichts vor, der nächste Fight für Colby Cawington wird ein ganz entscheidender sein, Belal spricht häufig über ihn, falls der Champion werden sollte. Ich denke, dass Colby mit den richtigen Sprüchen, mit den richtigen Ansagen durchaus Belal triggern kann, dass der eventuell Interesse hat an so einem Fight und dann kann er sich vielleicht sogar wieder wirklich diese Gelegenheit zurückerquatschen, wenn er seine Karten richtig ausspielt, aber da würde ich jetzt nicht unbedingt drauf wetten, gegen Leon Edwards will er so schnell nicht nochmal kämpfen, Colby muss sportlich im Käfig bei seinem nächsten Fight zu 100% abliefern, meiner Meinung nach. Ich hatte es am Anfang schon gesagt, wie lange überhaupt diese ganze wir nehmen MMA-Fighter, die durchaus bekannt sind, die eine große Fan-Follower-Schaft haben und packen die in Box-Fights und kassieren alle ordentlich ab, inwieweit das überhaupt noch funktioniert, wirft jetzt hier dieses Ergebnis durchaus ein paar Fragen auf. Nate, der allerdings zwischenzeitlich jetzt auch klargestellt hat, nur um es ein für alle Mal oder deutlich zu sagen, ich verklage niemanden, also da scheinbar doch widerspricht den Berichten, dass er da angeblich die, wie heißen die nochmal, irgendwo taucht der Name hier auch auf, hier, Fanmio, dass er gegen die klagen würde, sagt er, nein, also er hat gerade auf Ex, auf Twitter rausgehauen, dass er da niemanden verklagen würde, gut, dann steht er einfach nur mit dem Basie vor der Tür, kann natürlich auch sein, aber der Fight gegen Masse, dann hat scheinbar katastrophale Pay-Per-View-Zahlen reingebracht, irgendwo zwischen 5.000 und 60.000 hat Dave Meltzer berichtet, wobei Dave Meltzer, ja, der ist, glaube ich, eher beim Wrestling zu Hause und seine Quellen bezüglich Pay-Per-Views gehen auch immer viel los, glaube ich, aus dem Kabelfernsehen irgendwie, also das Modell ist alles so ein bisschen unterschiedlich bei den Amis, man kann es ja auch online machen und nicht über irgendeinen Kabelanbieter, also ob das jetzt die finalen Zahlen sind oder nicht, aber das sind erstmal die Zahlen, denen wir gerüchteweise jetzt hier hantieren, das sind keine guten Zahlen, ich meine 5.000 bis 60.000 ist natürlich auch eine wahnsinnig große Bandbreite, wenn mir jetzt einer sagen würde, was weiß ich, ich kriege jetzt einen Dollar dafür, du hast entweder 5.000 Dollar verdient oder 60.000, dann ist ja schon ein enormer Unterschied, zumindest ausverkauft war die Bude, 1,25 Millionen, das ist ordentlich, das hat die Kommission, die kalifornische Kommission offiziell veröffentlicht, aber insgesamt sei man wohl unzufrieden mit den Zahlen und eigentlich sollte man ja meinen, dass das durchaus logisch ist, wenn da jetzt 2 Fighter, die zwar einen Bekanntheitsgrad haben, aber in einer anderen Sportart aufeinandertreffen und jetzt 5 Jahre später, als beide sich noch in ihrer Prime befunden haben, gegeneinander kämpfen, dann ist natürlich ein bisschen was vom Hype weg und auch die Fans erkennen natürlich oder ich denke, viele Fans sind vielleicht so wie ich drauf, dass sie sagen, ey, ganz interessant und es war ja auch ein recht spannender 10-Runden-Kampf, aber dafür bezahle ich nicht, dafür bezahle ich keine 50 Dollar oder mehr, ich gucke mir die Highlights jetzt auf YouTube an, ich will natürlich wissen, wer gewonnen hat, wurde einer ausgenockt, da bin ich sofort dabei, aber richtig viel Kohle lege ich dafür nicht auf den Tisch, weil ich weiß nicht, wo einige leben, aber ich lebe im Jahr 2024, wo alles auf der Welt verkackt teuer geworden ist, vom Tanken zum Strom, zur generellen Energie, zu Essen, zu Lebensmitteln und ich glaube, viele Leute müssen sich einfach extrem gut überlegen, wofür gebe ich denn mein Spaßgeld aus, entweder für Diaz gegen Masvidal oder will ich dann doch lieber die UK-Kart kaufen oder ich glaube nicht, dass alle MMA-Fans in der Position sind, zu sagen, ich gucke jede Kart, egal was und dann auch jede Boxkart, ja, weil dann, wenn zwei, drei gute Karts irgendwann kommen im Monat, ja, dann bist du ja bei 100, 150 Dollar, die sind dann weg oder mehr, 200 Dollar, wenn du auf Jahr hochrechnest, also ich glaube, da muss man dann schon einen deutlichen Mehrwert bieten, entweder Fightan ihrer Prime oder eine Kart, die von oben bis unten mit guten Athleten, mit bekannten Athleten gespickt ist, nur diese Einzeldinger und dann auch noch beim Boxen, ich glaube, das wird schwierig und ich kann da natürlich auch verstehen, wenn dann ein Promoter die Handbremse zieht und sagt, boah, 10 Millionen können wir dir gar nicht zahlen, so viel haben wir nicht eingenommen, klar, wenn es Vertrag ist, ist es Vertrag, dann muss man dann mit Vertragsbruchklagen irgendwo rechnen, schwierig, ich glaube, dass das Kartenhaus doch ein bisschen anfängt zu wackeln und vielleicht sogar ganz zusammenbricht, dass man da erkennt, dass man da erkennt, du kannst auch nicht jetzt einfach nur vom Namen her eine Karte zusammenbasteln und sagen so, bitte, 50, 60, 70 Dollar. Also, Sterling versucht es weiter und ich finde es eigentlich gut, dass er es weiter versucht, weil ich finde dieses Matchup gegen EvluF einfach super spannend, weil Sterling ist eigentlich genau der Gegner, von dem ja viele immer sagen, die vielleicht einige der russischsprachigen Fighter ein bisschen kritisch sehen, dass sie sagen, ja, die bekommen einfach keine richtig guten Ringer serviert, ja, dann ist immer eine legitime Gegenfrage, wo sind die ganzen guten Ringer dann in den jeweiligen Divisionen? Sterling ist definitiv einer und Sterling ist auch nicht nur ein guter Ringer, Sterling ist ein sehr, sehr guter Grappler. Also auch wenn der Fight auf den Boden geht, was das Mission betrifft, was ich hole mir den Rücken und mache dann den Body Triangle zu für fünf Minuten, da ist Sterling verdammt gut. Körperlich sehr, sehr stark, wenn schon Henry Sokudo so viele Probleme hatte, diesen Mann auf den Boden zu bringen, ich glaube, das spricht absolut für seine Takedown-Verteidigung. Und deswegen ist dieser Fight auch so interessant, weil Evlove auf der anderen Seite ein schier unnachgiebiger Grappler ist, also der auch immer wieder seine Gelegenheiten sucht und versucht, den Takedown zu bekommen. Scheinbar ist da aber irgendwo ein bisschen Sand im Getriebe, warum dieser Fight nicht kommt. Jetzt hat Sterling so eine Umfrage gemacht. Er sagt, am liebsten in Paris, aber da gibt es wohl scheinbar ein paar Probleme, das zu machen. Ansonsten müssen wir vielleicht warten bis zum 1. Oktober. Dann fragt er hier, was die Leute wollen. Ich weiß nicht, wie weit das relevant ist, was die Leute wollen, denn Evlove und Sterling muss das ja in den Team, in den Trainingsplan reinpassen und die müssen dort antreten. Da stimmen die meisten für Paris. Ich glaube, eine clevere Strategie ist es hier auch, nie eine Option anzubieten wie niemals oder wir wollen dich nicht kämpfen sehen, weil allein schon aus Spaß wird das schon jeder Zweite anklicken. Hier haben auch viele Just Get Funky already, also wir wollen einfach nur den Funkmaster wiedersehen. Apex Main Event, da habe ich keine Ahnung, wem da noch einer bei abgeht. Also ich finde es wirklich kacklangweilig, wenn da nur noch ohne Publikum gekämpft wird. Ich habe jetzt gemerkt, ich brauche das. Die Fans, die da ein bisschen mitgehen. Schlussendlich mir persönlich recht wurscht, aber ich finde dieses Matchup richtig gut, dass Sterling sich hier quasi rausgesucht hat, auch für Evlove. Der könnte damit zeigen, hier den stärksten Ringer quasi, den ihr hier aus einer Gewichtsklasse drunter nach oben geschickt habt. Den habe ich jetzt hier abgefertigt, den habe ich gefinisht. Das wäre ein sehr starkes Statement. Ein Qualitätssieg für beide Männer. Margomet, Anka Leif und Francis Ngannou. Und Margomet, da muss ich auch sagen, der hat in den letzten Jahren immer besser verstanden, du musst aktiv sein auf Social Media, du musst deinen Twitter-Account nutzen, auch wenn das einer für dich schreibt oder du nutzt einen Übersetzer. Egal, du musst aktiv sein. Du musst deine Sachen einfordern. Das macht er für mich ganz gut. Und er ist eigentlich auch nicht dieser klassische Typ, wo man sagt, ja, der greift auf seinen Ring zurück und das ist irgendwie eine langweilige, dominante Decision. Anka Leif kommt schon, um die Leute auszunocken. Also liefert für mich immer spektakuläre Fights ab. Bei dem weiß ich nicht, warum sich Leute beschweren. Also der ist für mich ein durchaus aufregender Fighter. Natürlich nutzt er dann auch hin und wieder seine Stärken oder seinen Vorteil, den Gegnern gegenüber den Fight durchaus auf den Boden zu verlagern. Aber warum sollte er nicht? Wäre ja behämmernd, wenn er es nicht machen würde. Als ich aber diese Überschrift gelesen habe, er spricht über das Sparring mit Francis Ngannou, da habe ich schon wieder gedacht, oh Gott, hoffentlich hat ihn da jetzt keiner Social Media mäßig so beraten, dass er da irgendwie erzählen soll, ich habe Francis Ngannou weggehauen. Ich habe den locker vernascht und ich bin einfach zu flüssig im Stand, weil dann hätte ich schon wieder gesagt, okay, wenn du schon gegen die Heavyweight-Leute so aussiehst, warum machst du dann überhaupt noch einen Cut runter ins Halbschwergewicht? Aber nein, so sei es nicht gewesen. Er sagt, er hat sofort gemerkt, als er Sparring gemacht hat mit Ngannou, okay, der Typ, der will mich niederschlagen. Der war extrem aggressiv und als er das gemerkt hat, bin ich sofort auf seine Beine gegangen, habe ihn auf den Boden gemacht, konnte ihn dort halten bis zum Ende der Runde und danach habe ich ihm auch gesagt, komme ich nicht mehr zu nahe, also ich will quasi kein Sparring mehr mit dir machen, jetzt heute zumindest. Und dann hat er halt den Grund herausgefunden, warum überhaupt und er sagt, Francis Ngannou sei dicke mit Dalscha Lungiambula gewesen, den Anka Laif ausgenockt hatte und ja, da wollte Francis Ngannou quasi so ein bisschen Rache nehmen oder Revanche suchen. Er sagt, das hat man ausgeräumt und ja, man kann sogar sagen, dass wir dann Freunde geworden sind oder einfach nette Worte ausgetauscht haben. Betont dann natürlich auch nochmal in diesem Podcast, dass er im Stand so gut ist für Perda, dass er das beweisen will und zeigen will, dass er ihn auch im Stand besiegen, bezwingen, ausnahmen kann. Ja, die Nummer mit Ngannou, natürlich ist das irgendwo auf der einen Seite ein bisschen loyal, auf der anderen Seite, hey, es ist ein Sparring. Sinn von einem Sparring ist immer, dass der Gegner und ich, dass wir beide besser werden. Also das ist zumindest, ich meine, ich bin ja kein Profi, ich bin ja nicht mal ein Amateurkämpfer, aber von meinem Verständnis von Sparring ist das, ich will besser werden und mein Gegner auch. Ich will im Anschluss gesund nach Hause gehen, um morgen wieder zu trainieren und mein Gegner soll das aber auch können. Dann reinzugehen und von Anfang an so die Absicht zu haben, den nocke ich jetzt aus, weil der in irgendeinem Fight, einem professionellen Fight, wo beide vier unterschrieben haben, einen Kumpel von mir ausgenockt hat. Es ist wahrscheinlich irgendwo menschlich, diese Loyalität dann zu haben und ja, ich will einen fürs Team zurückholen, aber Panne, weil wenn man da zusammen trainiert und Sparring macht, sollte man eigentlich aufeinander bauen können, dass man nicht versucht, den anderen irgendwie auszunocken. Weil nehmen wir mal einen Grappler, der jetzt sagen würde, boah, dann choke ich den aus oder dann breche ich dem was oder dann knackse ich dem was an, wäre ja genauso Panne. Auch wenn du einen niederschlagen willst, kannst du ihn ja vielleicht auch ausknocken und dann verletzen in dem Moment. Keine gesunde Herangehensweise für mich bei einem Training, aber gut, vielleicht bin ich deswegen auch kein Profi oder Amateurkämpfer, weil ich nicht diesen Biss habe, aber ich habe halt ein bisschen anderes Verständnis vom Training. Danke live, wird nicht müde zu betonen, der will im Perer Fight, der will Perer im Stand besiegen. Ich würde ihm den Fight ja auch geben und ich finde nach wie vor, er macht das absolut richtig, dass er betont oder dass er immer noch aufzeigt und sagt, hier bin ich, vergesst mich nicht. Das war's für heute. Ich weiß nicht, ob ich mich wieder ein bisschen verquatscht habe, komplett das Zeitgefühl verloren. In jedem Fall danke ich euch sehr fürs Einschalten. Passt auf, bis demnächst und let's fight.